Hallo und willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo. Ich habe das Thema heute so gewählt, dass ich über Steuerzeichen der Textverarbeitung sprechen möchte. Steuerzeichen der Textverarbeitung, was ist das überhaupt? Nun, das sind unsichtbare Zeichen, die zur Strukturierung des Textes verwendet werden. Und hier geht es darum, dass also durch das Darstellen dieser Zeichen natürlich mehr Übersicht für den Text entsteht und der Text auch klarer und besser strukturiert werden kann. Fangen wir gleich an. Wo kann ich die Steuerzeichen ein- und ausschalten? Nun, die Steuerzeichen haben hier ein Symbol. Da steht auch schon die Tastenkombination, Steuerung F10 oder über F1. Format waren sie noch bis vor kurzem zu erreichen. Nein, über Ansicht natürlich. Da steht es, Steuerzeichen gleiches Symbol, Steuerung F10. So, lassen wir die Steuerzeichen darstellen, sehen wir, dass jetzt die Ränder hier entsprechend markiert werden, die den Textbereich auf der Seite eingrenzen. Sie sind also jetzt durchgängig. Und wir sehen diese kleinen blauen Symbole. Dieses Symbol steht beispielsweise für das Absatzende. Und wenn ich jetzt die Seite verkleinere, sehen wir, Dieses Dokument besteht aus zwei Seiten, obwohl hier nur eine Überschrift drin ist, wird auch diese Seite zum Beispiel mit ausgedruckt, auch wenn sie leer ist. Warum? Nun, weil sich auf dieser Seite leere Absätze befinden. Leere Absätze sind ohnehin eine problematische Sache bei der Textgestaltung. Manche verwenden sie zum Beispiel, um eine Leerzeile zu erzeugen, um den Abstand zwischen zwei Absätzen zu definieren, festzulegen. Das ist aus Sicht der Textverarbeitung sehr unklug, weil der Abstand zwischen Absätzen eine Eigenschaft des Absatzobjektes ist und dort viel besser eingestellt werden kann, als zum Beispiel durch einen leeren Absatz hier einfach, auch indem man die Enter-Taste drückt, erzeugt man also einen neuen, leeren Absatz. Es gibt natürlich nicht nur diese Steuerzeichen. Wir sehen hier auch schon ein anderes Steuerzeichen, nämlich das Steuerzeichen für das Leerzeichen ist ein Punkt. Ein weiteres Steuerzeichen, wenn man also nicht die Enter-Taste drückt, sondern die Umschalt-Taste, die Shift-Taste zusammen mit der Enter-Taste, dann erhält man ein weiteres Steuerzeichen mit einer ganz anderen Bedeutung. Hier wird also kein neuer Absatz erzeugt, sondern eine neue Zeile innerhalb dieses Absatzes hier hinten. Das macht Sinn. In welcher Weise man das einsetzen kann, werde ich natürlich alles noch zeigen. Ja, nun gibt es weitere Steuerzeichen. Kommen wir zunächst zu den doch wichtigen Steuerzeichen zum Thema etwas Neues. Also neue Zeile im Absatz. Neuer Absatz haben wir schon dargestellt. Mit Einfügen, manueller Umbruch. Kann ich auch eine neue Seite einfügen. Dann sehen wir hier, diese gestrichelte Linie demonstriert, dass hier eine neue Seite eingefügt wurde. Ich muss die vorhergehende Seite also nicht mit leeren Absätzen füllen. Ich kann hier einfach schreiben. Trotzdem wird die Seite immer hier an dieser Stelle, nach diesem Strich, wird immer eine neue Seite beginnen. Das ist von Vorteil, wenn ich nämlich hier leere Absätze verwendet hätte und ich würde hier oben was einfügen, würden natürlich meine Absätze unendlich durch die Gegend rutschen. Ich müsste einfügen, löschen, etc. Das geht mit diesem neuen, neue Seite anlegen viel besser. Die neue Seite kann ich auch anlegen mit der Tastenkombination aufgepasst. Steuerung, Enter. Wenn ich auf einer Seite mehrere Spalten habe, dann kann ich natürlich auch zwischen den Spalten oder von einer Spalte zur nächsten einen neuen Spaltenumbruch einfügen. Zeilenumbruch habe ich schon gezeigt. Einen Spaltenumbruch, dazu benötigen wir natürlich zunächst erst einmal Spalten auf dieser Seite. Und da machen wir also ein dreispaltiges Layout oder ein vierspaltiges Layout. Das wird sich auch hier oben auswirken, ist klar. So, und hier kann ich jetzt einfügen, manueller Umbruch, einen Spaltenumbruch einfügen. Und dann wird hier jetzt eine neue Spalte beginnen. Das ist also das Spaltenumbruch-Steuerzeichen hier. Also eine gestrichelte Linie mit dem Text, manueller Spaltenumbruch. Alle diese Zeichen werden nicht dargestellt, wenn ich das hier ausschalte, die Steuerzeichen. Auf jeden Fall werden sie aber auch, wenn sie dargestellt werden, nicht gedruckt. Also ich kann jetzt hier eine neue Zeile beginnen, ohne dass ein neuer Absatz beginnt. Neuen Absatz beginnen, neue Zeile beginnen, neuen Absatz beginnen. Das wird erst sichtbar, ob ich eine Zeile oder einen Absatz beginne, in dem Moment, wo ich die Steuerzeichen einschalte. Gut, ein wichtiges Steuerzeichen fehlt noch. Das ist der Tabulator. Der Tabulator dient dem Einrücken. Die Tabulator-Taste ist die mit dem Doppelpfeil links außen. Wenn ich einen Tabulator einfüge, der wird hier mit einem Pfeil dargestellt, dann ist das praktisch ein Sprung innerhalb des Dokuments in der Zeile bis zum nächsten Tabulator-Symbol. Hier haben wir die automatischen Tabulator-Symbole hier oben. Die sind also in einem bestimmten Abstand gesetzt. Ich kann aber durch Klicken in die untere Hälfte des Lineals selber einen Tabulator erzeugen. In dem Fall wäre das jetzt hier ein linksbündiger Tabulator. Tabulator zeige ich auf einen Tabulator, klicke die rechte Maustaste, kann ich im Kontextmenü auch andere Tabulatoren erreichen, nämlich rechtsbündige, mittige und Dezimaltabulatoren. Das Thema Tabulatoren wird natürlich ein Thema in einem Extra-Video sein, deswegen möchte ich das hier nicht weiter ausführen. Wenn man vor dem Setzen des Tabulators entscheiden möchte, welcher Tabulator gesetzt werden soll, dann kann man das hier auswählen. Man kann es aber auch im Nachhinein über das Kontextmenü rechte Maustaste hier tun. Tabulatoren löschen. Man zeigt auf den Tabulator, hält die linke Maustaste gedrückt, zieht den einfach nach unten, dann werden wieder diese automatischen Standard-Tabulatoren in einem bestimmten Abstand festgelegt. Wie gesagt, zum Thema Tabulatoren gibt es ein extra Video. Ja, ich mache jetzt mal die letzten Änderungen rückgängig. So, da habe ich da also die Spalten wieder raus und möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Steuerzeichen sind wichtig für die Darstellung unsichtbarer Zeichen, die aber Einfluss auf den Text nehmen, wenn eine neue Zeile beginnen soll, ohne dass ein neuer Absatz anfängt. Wenn ein neuer Absatz entsteht, leere Absätze am Ende des Dokuments sollte man also immer vermeiden, weil dadurch auch leere Seiten entstehen können. Sollte der leere Absatz nicht mehr auf die Seite passen, wird er also auf eine neue Seite dargestellt und diese Seite würde dann auch mit ausgedruckt, obwohl sie gar keinen Inhalt hat. Zu den Arten nochmal, Leerzeichen wird als Steuerzeichen dargestellt, Absatzende wird als Steuerzeichen dargestellt, Zeilenende wird als Steuerzeichen dargestellt, Tabulator wird als Steuerzeichen dargestellt. Also, neue Zeile, neuer Absatz, neue Seite wird als Steuerzeichen dargestellt und auch neue Spalte. Wie kann man das Ganze jetzt über die Tastatur machen? Nun, die Enter-Taste erzeugt einen neuen Absatz, die Umschalt-Taste, Shift-Taste erzeugt eine neue Zeile, Steuerung, Enter-Taste erzeugt eine neue Seite. Und hält man Steuerung und Umschalt-Taste gleichzeitig gedrückt, während man die Enter-Taste drückt, dann erhält man eine neue Spalte. Wozu dienen Sie? Nun, Sie dienen in erster Linie dazu, den Aufbau des Dokuments besser zu erkennen und Sie helfen natürlich dabei, Fehler zu vermeiden, insbesondere also mehrfache Steuerzeichen, zum Beispiel wenn man also mit Leerzeichen einrückt, was man ja nie tun sollte, immer mehrere solche Steuerzeichen nacheinander sollte man also in seinem Text auf jeden Fall vermeiden, um einen ordentlichen und gut strukturierten Text zu erhalten. So, das war's schon. Ich hoffe, ihr habt euch entsprechende Notizen gemacht und habt wieder was dazugelernt. Viel Spaß beim Ausprobieren. So, ich habe euch noch meinen Einschalt-Taste. So, wir haben euch noch einen Einstresort-Taste Coat-Taste. Vielen Dank.